hallo meine lieben hier ist der pink panther und ich möchte euch heute recht herzlich zum livestream einladen um 19 uhr geht es los mit dem lost aiming zusammen ich denke mal vielleicht das tief wird auch dabei sein werden wir in csgo ein case opening machen das haben wir ja schon mal angekündigt aber danach das wird ungefähr so eine stunde gehen werde ich zum ersten mal ein pink panther sagt im livestream spielen und ja ihr könnt dabei sein mal schauen wenn es klappt vielleicht in battlefield 4 oder halt in modern warfare 3 oder black ops 2 mal schauen wie sich was sich ergibt und wo ich denn auch lust drauf habe oder beziehungsweise wer von euch denn tatsächlich denn da ist in unserem fan team speak generell alle informationen findet ihr natürlich unten in der video beschreibung und ja ich freue mich drauf ich habe nämlich 450 euro ausgegeben für dieses case opening damit wir euch am anfang sozusagen etwas richtig cooles im paket haben das heißt wenn ihr uns schlüssel gebt dann seid ihr automatisch in der verlosung dabei und könnt halt ein messer gewinnen oder das eine oder andere coole waffenskin ja generell ist es tierisch warm hier oben also ich wohne ja unterm dach und ich muss schon sagen dass es wie ein backofen wird eine interessante geschichte nachher im live stream noch mal und ja ich freue mich auf jeden fall wenn ihr dabei seid wir sind ja auf hitbox unterwegs nicht auf twitch weil wir denken hitbox ist einfach ein stück weit besser für unsere geschichte und ihr könnt das ganze auch besser abspielen wahrscheinlich weil das nicht ganz so viel internet ressourcen reißt und zum anderen können wir auf hitbox fast direkt eins zu eins live streamen bei twitch ist das ganze ja noch mal übelst verzögert ja das war es eigentlich das ist das was ich euch sagen wollte und ich hoffe wir sehen uns um 19 uhr von daher bis dahin